Herzlich willkommen zum Tutorial für die Bewerbung an der Hochschule für Musik und Tanz Köln über die Plattform MUWAG. Unser Ausgangspunkt ist die zentrale Bewerbungsseite auf der Webseite der HFMT Köln. Über die Schaltfläche Direktbewerben wirst du automatisch zum Bewerbungssystem MUWAG weitergeleitet. Was du nun siehst, ist die Übersichtsseite der Hochschule für Musik und Tanz, wo sämtliche Studiengänge aufgelistet sind. Über die Suchen-Funktion kannst du nach deinem gewünschten Studiengang suchen. Wählst du den Studiengang aus, für den du dich gerne bewerben möchtest, kannst du dir in der Übersicht alle Voraussetzungen und erforderlichen Dokumente für eine erfolgreiche Bewerbung sowie Informationen zur Eignungsprüfung durchlesen. Wenn du noch weitere Informationen zu deinem Studiengang benötigst, so wirst du über weitere Anmerkungen über einen Link zur Studiengangsseite weitergeleitet. Solltest du MUWAG vorher noch nicht benutzt haben, musst du dir erst dein Profil erstellen. Dies funktioniert über die Schaltfläche MUWAG beitreten. Da ich bereits ein Konto habe, werde ich nun beim Login weitermachen. Bei der Erstellung deines Kontos musstest du bei Expertise das Instrument auswählen, mit welchem du dich bewerben möchtest. Maxi Mustermann bewirbt sich in unserem Beispiel mit Klavier. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob sie sich für Klassik oder Jazz Pop bewerben möchte. Hauptsache, sie hat Klavier bei Expertise ausgewählt. Im Abschnitt Lebenslauf kannst du deine persönlichen Informationen eintragen. Einfach im entsprechenden Reiter auf das Plus klicken und ausfüllen. Wichtig zu wissen ist, dass du nicht alle Felder ausfüllen musst, sondern nur die, die für die Bewerbung deines Fachs erforderlich sind. Außerdem kannst du deine Informationen bis zum Ende der Bewerbungsfrist auch nachträglich noch hinzufügen. Unter Medien und Dokumente lädst du die für die Bewerbung erforderlichen Dokumente hoch. Außerdem kannst du Links zu deinen Videodateien einfügen oder sie direkt in MUWAG hochladen. Alternativ kannst du deine Videos auch später noch im Bewerbungsprozess hochladen. Nun also zur Bewerbung. Wir befinden uns wieder auf der Bewerbungsseite des Studiengangs Klavier in MUWAG. Klicken wir auf jetzt bewerben, werden wir Schritt für Schritt durch den Bewerbungsprozess geführt. Hier hast du jetzt auch noch mal die Möglichkeit deine Videos hochzuladen. Alles ausgefüllt und hochgeladen? Super! Dann auf Bewerbung absenden klicken und schon hast du dich für dein Studium an der HFMT Köln beworben. Viel Erfolg!